Willkommen zurück beim Finale von Mario und Luigi, Partner sind dein. Ich muss diese Kack hier nochmal aufnehmen, weil mir einfach die Aufnahme bei Audacity abgebrochen ist. Oh Mann, zwar so eine geile Aufnahme, aber ja, abgebrochen einfach. Na egal, Kopf hoch, weitermachen. Gut. So, dann werde ich mal hier den Anfang verbinden mit dem jetzigen Standort, weil, ja, diese Part wird sehr, sehr spannend, sag ich mal. Wir müssen nämlich jetzt hier die Treppen hochgehen und da wird auch schon richtig Spannung aufgebaut. Ich muss echt sagen, das Spiel hat seit dem Vulkan richtig Spannung oder, ja, ist richtig in Fahrt gekommen, eher gesagt. Dann ging's, ab dann ging's richtig ab mit dem Spiel hier. So. Okay. Mario. Meine Sensoren schlagen an. Ja, es besteht kein Zweifel. Der Kobaltstern agiert vollkommen vergewahnsinnigt. Okay. Ist das gut oder schlecht? Es versucht uns etwas mitzuteilen. Ich übersetze für sie. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Doch jetzt heißt es, lebe wohl. Zumindest glaube ich, dass er das gesagt hat. Och nö, glauben ist nicht gut. Bitte setzt eure Suche nach Prinzessin Peach fort. In der Zwischenzeit versuche ich, das Versteck von Prinzessin Schub ausfindig zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in etwa der Hauptinhalt war. Ich hoffe es mal, dass das wirklich der Hauptinhalt war, weil dann, wenn es nicht so ist, dann wären wir ziemlich im Arsch. Und jetzt ist er fort. Kommen Sie, wir müssen schnell die Prinzessin finden. Genau das ist die richtige Einstellung. So, hier haben wir nochmal einen Luigi-Block. Da ist ein Pilz, oder fünf Pilz-Tau drin. So, nochmal ein Super-Tau, vier Stück. Ähm, ja, wieder Treppen nach oben. Ist ja richtig spannend hier, der Laden. So, Mario. Verzeihen Sie all den Ärger. Dies mag zwar ja plötzlich erscheinen, aber würden Sie hier bitte unseren Fortschritt speichern? Wer wird laberst du? Speichern? Äh, es ist nur so, dass meine Vorhersehungssensoren Alarm schlagen. Ich glaube, sobald wir diese Tür durchstritten haben, gibt es für uns kein Zurück mehr. Oh. Ich habe keine Lust für so einen Mistzyklus für unser Abenteuer starten zu müssen. Haben Sie wirklich alles erledigt, wenn Sie mir folgen können? Gibt es noch irgendetwas, worum Sie euch kümmern möchten? Nein. Rein gar nichts? Ja. Luigi, ich verstehe dich. Dann zurück zum Abenteuer. Okay. Puh. So. Erstmal heilen. Das wäre jetzt mal eine gute Idee. Alle KP aufgefüllt. Dann speichern. Okay. Gut. Jetzt gehen wir auf diesen Schalter. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bin mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Peach. Peach. Mario. Luigi. Peach ist gefangen. In einer Barriere. Vielen Dank, dass ihr all die Mühen auf euch genommen habt. Oh. Wer sind denn diese entzückenden kleinen Knirpse? Oh. Kann es denn sein? Diese Babys sind doch Mario und Luigi, nicht wahr? Ja, Mario und Luigi aus der Vergangenheit. Wie schön es doch ist, euch in Sicherheit zu wissen. Joa. Baby Mario versucht alles, um Prinzessin Peach zu retten, aber es geht einfach nicht. Die Barriere ist zu stark für den Hammer. Ich fürchte, dieses Gebiet wird von einem seltsamen Energiefeld der Schrubbs umgeben. Es wird nicht leicht sein, dieses zu umgehen. Übrigens, wie habt ihr es geschafft, so weit zu kommen? Ich dachte, die Schrubbs hätten auch den Eingang zum Palast mit einer Barriere versehen. Joa, wir haben diese Splitter halt gesammelt, ne? Was, der Kobaltstern? Ihr sammelt seine Splitter hier in diesem Schloss? So. Prinzessin Peach, was ist los? Aber das ist... Es kann nicht... Kann es denn sein? Mario, du musst mir nun zuhören. Ich weißt du, der Kobaltstern. Wir werden bombardiert. Von einem Mutterschiff der Schrubbs und... Joa, nicht gut, würde ich sagen. Peach, was ist denn los mit dem Kobaltstern? Sag es. Prinzessenschub und ein Diener. Ja, erstmal einen Sekt trinken. Passt. Ich mach ein Mikro in der Hand. Seems legit. Yeah. Gut. Dann... Joa, haben wir erstmal was abbekommen. Mario. Wir stecken in einer Zwickmühle. Wir müssen das Mutterschiff aufhalten, ansonsten... ...wird dieser Ort zerquetschifiziert. Das wär nicht gut. Da fällt mir ein, dass sich weiter oben eine Anlegestelle befindet. Vielleicht könnt ihr etwas erreichen, wenn ihr einen Weg nach oben findet. Lassen Sie uns mal nachsehen. Wenn wir eine Untertaste kapern können, können wir vielleicht auch noch das Mutterschiff aufhalten. Juhu. Baby Mario versucht immer noch alles. Beallt euch und macht euch keine Sorgen um mich. Ich bleibe hier und hoffe auf eure sichere Rücken. Boah. Vielen Dank, Baby Mario. Mario, ihr alle. Rettet das Pilzkönigreich. Ich bitte euch. I got it. Hat zwar null gepasst, das I got it, aber... So, wir gucken erst mal uns hier ein bisschen oben, was wir noch finden können. Na okay, hier ist kein Block. Na gut. Okay, dann gehe ich jetzt mal nach oben. Gut, dann speichere ich nochmal. Bei meinem Leder, bevor sie ins Speicheralbum schreiben, hören sie mir zu. Ich habe das Flugprogramm analysiert. Hö, anal. Welches ich vom Mutterschiff heruntergeladen habe. Es ist mir gelungen, es zu modifikationieren, um mit seiner Hilfe durch die Zeit zu reisen. Jetzt können sie in die jüngere Vergangenheit reisen. Boah. Der Typ kann echt nicht reden, ne? Ich nenne es Steckwechs Spezial Service Vapulator. Hahaha. Oh, lustig. Sollten sie etwas vergessen haben oder etwas erledigen wollen, kann ich sie die Zeit vor Prinzessin Peaches Rettung zurückschicken. Was möchten sie tun? Speichern. Okay. Dann speichern wir mal. Gut. Nein, ich möchte die Babys mitnehmen. Ohne die wäre es ja nicht mal so, nicht ganz so spannend wie ohne, weil ein Baum. Gut. So, einmal auf den Knopf treten. Jetzt sind wir im obersten Stockwerk dieser Statue und hier haben wir anscheinend wieder das gleiche Spiel wie im vorletzten Part. Okay. Interesting. Joa, jetzt können wir dem Mutterschiff so richtig einen rein donnern. Hoffe ich. So. Ich hoffe ich schaffe es im First Try, weil das wäre eine gute Sache. Bossmusik sind oder? Geil. Schieß. Nein, daneben. Na gut, weg damit. So, ich möchte jetzt natürlich auch nicht wieder einen Treffer abbekommen, weil das Mutterschiff und unser Schiff haben halt viel Leben und wir können dem Mutterschiff schaden, indem wir es mit den eigenen kleinen Minischiffen abschießen. So, dann holen wir mal den Dinger da raus. Das super hat nicht geklappt. Hallo, schieß. Schieß. Nein, hat nicht geklappt. Oh kacke. Oh kacke, wir haben sogar den ersten Schaden mitkommen müssen. So. Jetzt hat es auch eine reingedonnert bekommen von mir. Und nochmal. Läuft der geschmiert. Nein. Komm. Nein. Scheiße. War ein Zentimeter. Vorbei. So. Ja, komm. Immer diese Millimeter. Ist ja... Ach komm. Nein. Okay, jetzt haben wir auch wieder einen Treffer abbekommen. Das ist nicht gut. Schieß. Jawohl. Noch ein Leben hat das Schiff. Nein. Nein. Oh Gott. Scheiße. Oh, das ist richtig spannend hier. Ich hoffe mal, wir schaffen es. Im First Try, weil... Das wäre echt nicht gut, wenn wir es nicht schaffen. Nein. Oh, das war ja richtig schnell, das Ding. Jawohl. Wir haben es geschafft. First Try. Zwei Leben hat mir noch übrig. Gut. Geil. So. Muderschiff, du bist im Popo. Crash erst mal in die Statue herein. Ich hoffe mal, Prinzessin Peach ist nix passiert, weil... Das wäre keine gute Sache. Und hier läuft natürlich auch wieder keine Musik, damit wieder richtig Stimmung aufgebaut wird. Prinzessin Peach ist frei. Die Barriere ist durchbrochen. Oh, Mario, Luigi, ich bin euch so dankbar. Als das Mutterschiff aufschlug, hat es die Barriere durchbrochen. Okay, ist doch gut. Babys, bleib bloß weg davon. Schon geht auch die Klappe auf, das ist nicht gut. Oh, Gott. Oh, nein. Mario. Guck mal rein. Aber sei vorsichtig. Ach, nee, ich will nicht. Asiatisch. Oh, nein. Prinzessin Schrupp. Jetzt reicht's aber. Ich brauche dich jetzt nicht mehr, Peach. Ich mach dich fertig. Äh. Es gibt keinen drin. Dies, Königreich, ist mein. Ich vernichte euch alle. Vernichten. Äh, ja. Asiatisch. Ab geht er. Oh, mein Gott. Der letzte Kampf. In diesem Spiel. Und ich denk mal, die Kuppel ist da ein wenig verpackt. Aber, oh. Ist mir leider. Oh, Kacke. Was ist das für komische Spinnenscheiße, die der hat? Oh, nein. Mario liegt. Oh, ach, nee. Ich will mich doch verarschen. Warte mal. Ist ja wieder ein Traumstart hier. In einem Frischfurz. So. Jetzt muss ich dem Kram da aber ausweichen. Weil das ist wahr. Das ist gerade keine gute Sache von mir. Wer wird? Achso, Luigi. Na klar. Knöpfe haben nicht funktioniert. Geil. So. Egal. So. Kopf hoch. Und wir müssen jetzt anscheinend die Barriere zerstören. Am besten machen wir das mit der Kopierblume. Jetzt kriegst du richtig eine Mild. Na, ich hab gedrückt, aber die Barriere müsste im Arsch. Nein. Gut. Passt. Okay, was ich jetzt mache ist, ich werde erstmal den roten Pfeffer reindonmern. Um den Angriff maximieren. Um den Angriff maximieren zu können. So, was machst du denn jetzt? Du schießt und das... Ach nein, Mario ist vergiftet. Oh, Kacke. Nein, beide sind vergiftet. Was mache ich? Komm, ich ballere noch den grünen Pfeffer rein damit. Will ich direkt wegsterben. Und dazu... noch den Ultratau. So. Gut. Ich hoffe, die geht nicht allzu schnell wieder in ihr scheiß Teil da rein. Nein. Die macht so oft diesen Angriff. Mag ich nicht. Oh nein. Gut. Mario ist nicht mehr vergiftet, aber Luigi schon. Okay. Äh. Was mache ich? Soll ich es mit... ...meine Kopierblume versuchen? Komm, ich probiere es. Ich bin angespannt wie... ...was weiß ich. Das ist richtig spannend hier. Boah. Was war das für eine krasse? 521. Jesus. Okay. Nochmal ein Trampolin. Kriegst du nochmal richtig eine mit. Nein. Falsch. Egal. Kopf hoch. So. Jetzt mal richtig eine mitbekommen. Oh, sie leidet schon. Das ist gut. Aber. Sie ist jetzt wieder in ihrem Teil da drin. Das ist nicht gut. Und sie kann jetzt richtig fies schießen, aber ich weiche möglichst allem aus. Gut. Hat gepasst. Und die macht es nochmal. Scheiße. Nein. Ich bin schlecht. Nein. Oh, Kacke. Gut. Hat ja eigentlich halb gepasst. So, jetzt muss ich nochmal die Barriere zerstören. Das mache ich nochmal, weil es zu gut ging. Mit der Kopierblume. Gut. Ich möchte nochmal anmerken. Ich spiele nicht mit Gamepad. Ah, Kacke. Hat man gerade gemerkt. Aber trotzdem. Die Barriere ist wieder im Arsch. Und wir müssen nochmal richtig fett draufhauen, damit sie endlich mal baden geht. Die dumme Tussi da. So. Mit einer Kanone. So. Kanone geballert. Bam, bam, bam. Ach, Kacke. Ja, okay. Es ging. Es ging. Komm. Sie müsste doch irgendwann mal weg sein. Gut. Gut gekontert. Perfekt. Weiter so. Nein. Gefailed. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Lass mich. Oh Gott. Nein, nicht dieser Angriff. Da muss ich den Stern am besten... Ja, genau. Um drauf zu springen. Gut. Luigi ist wieder vollkommen da. Ähm. Das tue ich. Sie ist immer noch im Leiden. Komm. Ich hau voll drauf. Und ab geht er. Nein. Scheiße. Komm. Bist du endlich mal tot? Nee, nicht ganz. Aber komm. Ich dröne mir nochmal in den Ultratau rein. Beide sind ja nicht komplett. So, damit... Oh, Kacke. Jetzt geht's damit wieder los. Oh, nein. Kacke. Oh, sie geht richtig ab. Sie leidet richtig. Kacke. Oh nein, ich lass mich jetzt von jedem Kram treffen. Das ist... ...nicht gut. Nein. Nein. Warum kippt das jetzt? Scheiße. Nein. Komm, nochmal ein Ultratau rein dröhnen. Boah. Was ist das denn auf einmal jetzt? Komm, jeder Fan... Gut, die dürfte auf keinen Fall wieder auf ihren Scheiß da drauf gehen. Komm, nochmal eine Kopierblume. Dieser Angriff ist so wichtig. Nein, gut. Bist du tot? Immer noch nicht, oder? Nein, sie ist wieder auf ihrem Scheiß drauf. Na gut, da kann ich besser ausweichen. Damit macht ihr nicht so viel Schaden. Na gut, es geht. Vom Ausweichen her. Okay, was macht sie? Macht sie wie... Ja, genau, sie macht wie die Spinne. Ist egal, komm, weiter. Ich muss kämpfen. Was macht sie? Ei. Luigi, 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 Luigi. Du musst es überleben. Nein. Komm, nein. Nein, die hat angetäuscht. Dieses falsche Miststück. Oh Gott, was mache ich? Komm. Ich gebe es dir nochmal mit der Kopierblume. Ich setze die zwar richtig oft ein mit dem Finale, aber ich muss es tun. Haut doch drauf, Leute. Rauf da. Nein. Nein, 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 nein. Komm. Ja gut, die Barriere ist durchbrochen wieder. Wieder mal. So, nochmal reindröhnen. Schwupp. Oh nein. Die setzt wieder ihren Scheiß ein. Nein. Luigi. Steht mir nicht weg. Nein, Luigi. Was macht sie? Wieder den Scheiß. Oh nein. Ja gut, getroffen. Kontert. Gut, perfekt. Weiter. Ah, die macht... Die geht richtig ab. Das sieht man ja richtig. Die geht ab wie Fieberzäpfle. So. Komm, Taschenbauch. Ruf da. Ruf da, ruf da, ruf da. Ab geht da. Stirb. Ich sag... Oh, sie ist tot. Ja. Wir haben's geschafft. Sie ist down. Das Miststück wurde besiegt. Wir müssen uns beilen und von hier verschwinden. Der Kobaltstern. Okay. Was will der denn für uns? Seht, das ist... Das ist der fast vollständige Kobaltstern, nachdem ihr gesucht habt. Ja. Oh nein. Oh man, Peach. So Angst vor dem. Mario, sieh nur. Oh. Der letzte... Das letzte Stück. Ich habe den letzten... Der Splitter hier bei mir. Damit wird der Kobaltstern wieder seine ursprüngliche Form erhalten. Ja, okay. Ist doch geil. Rinn damit. Der Vollständigkeitshaber. Wir haben's zwar schon geschafft, aber egal. Aber das darf ich nicht zulassen. Warum das denn? Hm? Aha. Oh nein, nicht der. Scheiße. Wenn ihr dachtet, ich hätte es aufgegeben, meinen Schatz zurückzufordern, dann seid ihr noch viel doofer, als ihr aussieht. All die Zeit, die ich mich in Verborgenen hielt, zahlt sich nun ganz großartig aus. Ich behalte alle Schätze für mich selbst. Sie sind alle mein. Ja. Nicht. Was ist denn los? Hä? Was geht denn bei der Prinzessin Schrube ab? Jetzt bist du dran. Schwester. Oh nein, nicht Schwester. Oh Gott. Hilfe. Was geht hier vor? Oh nein. Oh nein. Du sagst es. Dieser Kobalt-Sternschwester, da war noch eine Schubprinzessin da hinein geschlossen. What? Genau, Prinzessin Schub hat eine Zwillingsschwester. Scheiße. Aber die haben wir ja eben auch schon besiegt, dass wenn die nicht so stark sein wird. Oh mein Gott. Es ist fett. Als ich in dieser Zeit ankam, wurde ich sofort von Prinzessin Schub angegriffen. Oh mein Gott. Ich schnappte mir sofort die Kraftquelle der Maschine, den Kobalt-Stern und... Ja. Ja, ich sperrte Prinzessin Schub darin ein und zerschlug ihn. Gleich danach wurde ich von der jüngeren Version der Prinzessin überrascht. Was gelangt ihr, mich gefangt zu nehmen? Ja. Durch das Vereinen der Kobalt-Stern-Splitter erhielt die ältere Prinzessin Schub all ihre Macht zurück. Oh mein Gott. Die Musik ist geil. Ich spuckere auf euch, ihr Pilzbörnen, jämmerliche Gestalten. Ihr habt die Kobalt-Sperren-Splitter gesammelt, ohne die Wahrheit zu ahnen. Jetzt bin ich frei. Also, das, was Kylie Cooper und Todd-Bad früher meinten, es war wahr. Und der schreckliche Kobalt-Stern existiert nicht mehr. Nun muss ich nix mehr fürchten. Genau, die Zeichnung, jetzt wird alles klar. Nun muss ich nix mehr fürchten. Habt ihr gehört? Nichts mehr. Nein. Dann war der Sternengeist, zu dem wir auf dem Sternhügel sprachen, in Wirklichkeit die Schubprinzessin, die sich in Gefangenschaft befanden. Weltstragödie. Ihr sollt eine Belohnung haben, weil ihr mich befragt habt. Ihr werdet sie lieben. Und meine Schwester. Meine liebe, wunderschöne Schwester. Ja, wie man sieht, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich werde sie rächen. Oh nein. Oh nein, ich habe Angst. Ja genau, wir kämpfen jetzt auf dieser kleinen Plattform. Seems legit. Die nimmt ja die halbe Plattform ein, direkt. Soll man das denn schaffen? Joa, zerstören. Zerstören, zerstören, zerstören. Rede nur deine Sprache. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen. Im Finale sind wir. Aber, ich muss hier leider eine Cut machen. Im nächsten Part geht's weiter. Wir müssen gegen die riesige, fette und ekelhafte Schubprinzessin kämpfen. Das war's bis dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt, kommt da und vergiss die Berte nicht. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020